Es ist wieder Unboxing-Zeit. Wir haben eine Spiel-22-Neuheit hier. Und zwar ist es endlich da. Old Fee von Board Game Box. Hallo, hier sind die Hauersies. Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Und ja, wir packen natürlich erstmal die Folie aus. Und das ist ein schwerer Karton, kann ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie viel Kilo er hat. Also er hat viel Gewicht auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es schwer und das Äußere gefällt schon mal, was man sieht. Also mir zumindest. Ja, mir auch. Ist thematisch natürlich passend. So was, was wir gerne spielen, bestimmt thematisch. Und es ist wirklich, ich muss hier noch schwere Spiele hier am Abend auspacken. So sieht es von der Seite aus hier. Die Seite gefällt mir eigentlich sehr gut. Diese da. Und von hinten wollte ich das natürlich auch nochmal sehen. Mein Gott, du lässt mich hier arbeiten heute. Ja, aber du hast ja auch die andere Seite noch gar nicht gezeigt. Doch, ich habe alle Seiten gezeigt jetzt. Die auch? Die, habe ich dir auch gezeigt? Nee. Ja, ich weiß es gar nicht. Jetzt. Jetzt habe ich alle Seiten. Jetzt glaube ich ja, ne? Jetzt, ja. Gut. Also es ist ein schwerer Karton und wir packen den jetzt mal aus. Und ja, man sieht direkt vorne an, an den Seiten überall sieht man es. Nicht zu übersehen. Zwei bis vier Spieler, 60 Minuten soll es gehen. Ab zehn Jahre. Und ja, wir werden jetzt die Perspektive wechseln und dann schauen wir da gemeinsam rein. Auf geht's. So, dann heben wir doch mal die Box hoch, den Deckel zumindest. Anleitung zu mir. Anleitung zu dir. Und ein Kärtchen haben wir hier noch. Und ein Kärtchen. Ja. Anleitung, der erste schnelle Blick. Wir sind bei 15 Seiten. Also hier gefällt mir ja schon der erste Griff. Ich habe hier einen Drachen. Schön illustriert. Ist das ein Wasserdrache oder so? Der kommt ja aus einem Wasser. Das ist ja schön. Ein Drachen. Wir haben einen Drachen. Ein Spiel mit einem Drachen. Schön. Da habe ich direkt Spaß dran. So. Dann haben wir hier noch ein kleines Referenzkerlchen. Übersicht über die Aktionen und eine Rundenzusammenfassung. Auch schön. Hier geht es weiter. Und ich drücke mal was raus. Was haben wir denn hier? Hier. Das sind irgendwelche Monster. Sind das Orks oder was auch immer. Irgendwelche Monster. Ja, Orks weiß ich nicht. Hier haben Ziehköpfe und Hörner. Ach so. Ja, hier habe ich irgendwas. Vielleicht ist das der Startspieler. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Hier habe ich den ersten Teil eines Tableaus zumindest. Das ist auch für eine Auslage, die wir erschaffen werden. Ja, sehr schön. Nee, andersrum. So rum. So rum. Gut. Ja, hier geht es weiter mit Stanzbögen. Ja, sehr viele Stanzbögen. Vorder- und Rückseite. Ein sehr schönes Artwork, muss man ja wirklich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Und lässt sich auch wieder super rausdrücken. Ja, Drachenburg. Schon ein toller Name von einer Burg. Lassen sich alle gut rausdrücken. Ja, sehr schöne Qualität. Oh, hier kommen die Ranger, die ersten. Das sind die Charaktere scheinbar, die wir spielen können. Okay. Zeigen wir euch natürlich auch in Vorder- und Rückseite. Auch wenn Thorsten hier viel zu begeistert ist, um den ganzen Stanzbogen zu zeigen. Finde ich gut auf jeden Fall. Das Artwork gefällt mir. Ja, zeig das andere auch nochmal. Ja. Weiter geht's. Wieder ein Board. Oh, das ist ein größeres. Das ist wohl das Spielboard. Ja. Das ist wirklich groß. Groß, groß. Bevor wir weiter reingucken. Ich sehe da schon was im Karton. Ja, hier haben wir ein riesengroßes Spielbrett. Wie sieht das denn aus? Ah, das ist die Burg. Sehr schön. Mhm. Rückseite gibt es auch. Da sieht es, ist schwarz mit einem Wappen. Wie ich richtig gesehen habe. Und dann kommen noch mehr Boxen. Ja. Würden wir die aufmachen? Ja, deswegen gucke ich gerade schon. Aber scheinbar dürfen sie aufmachen, weil wir müssen nämlich dann irgendwann auch bestimmte Sachen zusammenlegen. Da brauchen wir nämlich Karten zum Spielen und ähnliches. Ja, hier sind Karten drin. Nicht, dass wir uns irgendwas... Sind das richtige... Oha. Sind richtige... Ah, das sind Trenner. Das sind Trenner. Das sind Trenner. Das ist ja pfiffig. Das ist sehr pfiffig. Schaut mal. Und hier kann man die aufmachen. Und da haben wir dann Würfel und Figuren da drin. Also ich denke schon, dass man das eine oder andere zeigen darf, weil ich gucke gerade mal. Hier haben wir Karten. Außer einer Chronik und Ereignisse. Es versucht eine Chronik heraus und legt die Karten auf das dazugehörige Feld. Also man muss schon scheinbar... Also man muss schon scheinbar... Und hier haben wir noch ein Fach. Ja. Also alles Fächer mit verschiedenen Sachen drin. Und spielt das erste Spiel. Also es gibt also auch ein Erklär... Oh, hier ist gar nichts drin. Okay. Und hier sind Sachen drin. Okay. Und Karten. Ja. Also ich denke, dass die Tokens und so, das kann man alles rausholen. So was in den grünen. Ja, bist du sicher? Ja, ich denke schon, weil wir müssen ja auch schließlich die Tokens, die Ressourcen rausholen. Wir müssen Würfel rausholen. Okay, die werden wir rausnehmen. Die anderen Sachen lassen wir lieber drin. Da wollen wir jetzt auch nicht Spoiler. Nicht, dass da irgendwas... Ja, es gibt ein Axis-Stacks. Wir wollen es ja selber nicht spoilern. Ja, das wollen wir nicht. Aber hier die Holzsachen. Ich denke mal, die kann man sich anschauen. Oh, das ist sogar bedrucktes Holz. Schau mal. Und hier haben wir dann... Das sind die Ranger unter anderem. Acht Stück müssten das sein. Das sind die auswählbaren Charaktere, die wir spielen können. Schön. Ein in Lila. Ich habe eine Lila. Das ist mein Charakter. Egal, was das ist. Aber ich weiß nicht. Das ist Lila auf jeden Fall. Sehr schön. Die sind so bedruckt, sind die, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall schön aus. Die sind sehr schön, ja. Mit Pferdchen. Alles auf Pferdchen. Dann haben wir hier irgendwelche Steine. Und das sind Marker sehe ich gerade. Und hier, oh, sehr, sehr schön so aus Holz. Richtig schönes Material hier. In der Zwischenzeit mache ich hier mal das Beutig mit den Würfeln auf. Hier gibt es eine dicke, schöne, große Holzwürfel, die sich hier gut einpassen. Einmal ein Zunftwürfel, Aktivitätswürfel und Ortswürfel. Ja, also ich habe jetzt hier Holz, bedrucktes Holz, Blätter, Feuer und Steine. Und was ist das? Ist das vielleicht ein Fell? Könnte ein Fell sein, ne? Und Fuchsschwanz oder was? Mhm. Hier habe ich Holzwürfel, sechsseitig, mit Symbolen drauf. Ich kann mich leider jetzt natürlich nicht verantworten, was da alles so drauf ist. Ja. Aber sie fühlen sich auf jeden Fall schön an der Hand. Sie sind schön groß, haben ein bisschen was an Gewicht. Mhm. Hier habe ich Herzen, vielleicht Lebenspunkte. Das ist vielleicht Helm, Lebenspunkte. Wir haben hier Holzherzen. Vier Stück. Das werden wahrscheinlich die Marke auf jeden Fall sein, weil wir haben hier jeder Held. Ich sehe gerade die Ranger. Hier haben wir was zum rausdrücken. Das wird die Lebensleiste wahrscheinlich sein. Ah, okay. Da passen die Herzen nämlich genau rein. Ja. Und gelbe Steine. Wir wissen leider noch nicht, was das bedeutet, wofür die sind. Dann lassen wir uns überraschen. Hier habe ich auch noch Steine. Das sind Ressourcen aus Holz. Das wird wahrscheinlich auch eine Holzressource sein. Das wird wahrscheinlich Geld sein, wahrscheinlich. Mhm. Also das ist auf jeden Fall auch schon sehr schön. Das sind so diese Stempel, Marker. Ja, Rom-Marker, Aktivitätsmarker sehe ich gerade. Einmal ein Turm, eine Taube, noch ein Turm. Dann habe ich hier noch die kleinen, einfachen, weißen Holzwürfelchen. Die sind, wie ich das hier sehe, für Erfolge dargestellt. Mhm. Und wir können zumindest die Kartenpacks einmal rausholen, auch wenn wir sie jetzt nicht öffnen wollen, weil wir uns da vielleicht nicht Spoiler wollen. Wir können zumindest zeigen, was das für Kartenpäckchen war. Ja, also wir haben hier, genau, es sind zwei so Kartendecks. Normadenstamm steht hier drauf und eine offizielle Visite. Ja, also hier haben wir... Die Rückseite. ...verschiedene Karten. Genau. Aber die wollen wir uns jetzt nicht anschauen und die lassen wir jetzt auch zu, weil wir nicht wissen, was denn da auf uns zukommt. Und da lassen wir... Wir wollen erst mal die Anleitung gelesen. Sonst noch irgendwas drin? Ja, da war noch mal irgendwas anderes drin. Haben wir denn den... Ich sehe gerade, haben wir denn den Rand auch schon mal gesehen? Ja, gucken wir gleich. Ah, noch dick. Hier. Hier haben wir auch noch Sachen. Rattenplage, Waffenstillstand. Ich will mir die Texte auch nicht durchlesen, aber auf jeden Fall ganz viele Karten. Das wären wohl die Chronik-Karten-Seile. Und hier auch noch ganz viele Karten. Die werde ich auch wieder zurück tun. Ja, Chronik-Karten, Aufgaben-Karten wahrscheinlich dann. Genau. Die gucken wir uns jetzt nicht an. Wie gesagt, wir gucken uns erst die Spielanleitung an und dann werden wir gucken. Da ist eine leere Kiste. Aber ich bin ja ganz hin und weg von dem Innenleben. Ja, also das Innenleben ist ja schon mal richtig mega, dass man halt da quasi hier direkt so Fächer hat. Finde ich richtig gut. Ja, und den Rand, den finde ich gerade. Also was ich hier zumindest von zwei Seiten sehe. Ja, sehr schön. Auch natürlich auch so in diesem Fantasy-Style. Schön, schön. Ja. Ich freue mich drauf, es auszuprobieren mit uns. Ja. Mit dir und unseren Freunden. Ja. Wir sind gespannt auf das Spiel und werden euch natürlich davon berichten. Und jetzt erst mal in Ruhe auspöppeln, damit wir es am Wochenende auch auf den Tisch bekommen. Und ja, wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal, die Hausis. Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.